Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, mit der wir uns in den letzten 15 Monaten intensiv beschäftigen mussten. Das Spike-Protein, was in unserem Körper künstlich über die genetische Substanz, die zugeführt wird, hergestellt wird, kann potenziell aus Sicht des Toxikologen durchaus übertragen werden. Ich möchte allerdings in diesem Zusammenhang ganz deutlich sagen, dass ich nicht zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft beitragen möchte, sondern auch hier um Augenmaß bitte. Spike-Proteine können natürlich über die Haut, über den Schweiß den Körper verlassen. Sie sind dann aber für den Rezipienten, also für den Menschen, der es aufnimmt, weitestgehend ungefährlich, weil es über den Mund bzw. dann über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen wird und dann Proteine in unserem Körper keinen Schaden anrichten können. Die werden ja verdaut. Beispiel, ich halte es für durchaus vertretbar, dass ältere Menschen, die eventuell Spike-Proteine nach einem ärztlichen Eingriff ausscheiden können, ihre Enkel in den Arm nehmen, mit ihnen toben, sie küssen dürfen und ganz normal mit ihnen umgehen dürfen. Die Ausscheidung über andere Körperflüssigkeiten, die eben nicht oral aufgenommen werden, ist ein anderes Thema. Da gibt es ganz viele Fragen hinsichtlich der Übertragung durch Blutkonserven. Diesem Thema nehmen wir uns an. Oder auch bei sexualem Verkehr, also dem Austausch von Körperflüssigkeiten außerhalb des Mundes und des Magen-Darm-Traktes. Diese Fragen können wir nur mutmaßen. Beantwortet werden müssen sie dringend von denjenigen, die diese Substanzen auf den Markt bringen, die dazu führen, dass in den Körpern Spike-Proteine hergestellt werden und natürlich auch den zulassenden Behörden.